Servus meine lieben 1000 PS TV Zuschauer, KTM hat ja seit geraumer Zeit diesen Slogan Ready to Race und auch wenn ich solche Eintrarereien oder Überheblichkeiten nicht unbedingt mag, muss ich zugeben, bei KTM hat das durchaus Berechtigung, denn jedes Modell in der jeweiligen Kategorie ist so ziemlich das sportlichste oder eines der sportlichsten Modelle. Man schaue sich nur die neue KTM 1390 Super Duke R an, jetzt mit 190 PS, ein unfassbar sportliches Naked Bike, das eigentlich im Ursprung von einem Superbike abstammt, von der 1190 RC8 und dann RC8R, hat zumindest die Super Duke eher den Motor von diesem Superbike bekommen und ich, und ich glaube ganz ganz viele von euch da draußen auch, haben sich immer gewundert, warum, also Eli und das KTM ein Naked Bike mit dieser sehr sportlichen Auslegung macht, aber warum hat KTM, ich glaube es war 2015, diese RC8 eingestellt. Wir haben uns alle gewundert, am Ende 170 PS, wenn mich nicht alles täuscht, also ich war eigentlich immer begeistert von der RC8 und sie wurde dann einfach vor knapp zehn Jahren eingestellt, aber tatsächlich im nächsten Jahr, exakt nach zehn Jahren kommt, ich möchte nicht sagen eine Nachfolgerin, weil es ja eigentlich eine andere Klasse ist, aber es kommt die 99 RCR 2025 dann als straßenzugelassenes Motorrad, wo KTM davon spricht, dass es ein reines Supersportmotorrad sein soll, das auch für die Straße zugelassen ist, also so der Pressetext. Ja, da sind die Erfahrungen von der MotoGP, Moto2, Moto3, alles zusammen eingeflossen, laut KTM und ich sage, das sind sicher auch von dieser Crema GP2R die Erfahrungen eingeflossen, weil das war der 98er Motor, jetzt haben wir den 99er Motor und so vom Chassis her erkenne ich schon sehr ähnliche Dimensionen bei der 99 RCR. Ja, der Motor wird eben jetzt dieser 57 Kilo schwere KTM, schreibt das dazu, rein Zweizylindermotor, 128 PS schauen raus, 103 Newtonmeter bei 10.500 Umdrehungen. Der Stahlrahmen ist gesetzt, das ist bei KTM, bei diesen Motorrädern, sage ich einmal, Pflicht. Beim Fahrwerk setzen die Matikhoferner klarerweise auf WP-Ware, also vorne kommt eine volleinstellbare WP-Apex Open Cartridge, Gabel zum Einsatz, hinten ein Monofederbein, ebenfalls von WP. 65 Grad Lenkkopfwinkel steht auch in den Unterlagen und die Geometrie soll laut KTM klarerweise vorderradorientiert Rennstreckentauglich sein, aber ohne die Anforderungen der Straße in der Praxis zu vernachlässigen. Das heißt, ein echter, schon Rennstreckentauglicher Supersportler, der aber auch auf der Straße funktionieren soll. Und da muss ich sagen, kommen mir dann doch wieder die Tugenden der 1190 RC8 in den Sinn, weil die hatte ja damals sogar höhenverstellbare, also die Sitzhöhe war zweifach einstellbar. Der Lenker war, glaube ich, einstellbar, die Fußrastenanlage, also die 99 RCR wird zwar das nicht alles verstellbar haben, aber die Fußrastenanlage ist sehr wohl verstellbar und die Schaltung wird ab Werk in das Rennstreckentaugliche verkehrte Schaltschema umgewandelt werden können. Also da zeigt sich wieder dieser Spagat, den KTM schaffen will mit der 99 RCR, dass die natürlich eben auch auf der Straße funktionieren soll, aber auch klarerweise voll und ganz auf der Rennstrecke. Und aussagekräftig dafür ist auch, dass es dann ab 2025 in der zweiten Jahreshälfte eine KTM 99 RCR Track Edition geben soll. Und ich bilde mir ein, dass, also ich vermute, dass die Bilder aus dem Studio, unsere Studioaufnahmen, diese Track Edition sein müssen, weil da sieht man am linken Lenker diese typischen bunten Knopferln, die ja eigentlich immer bei Rennstreckenmotorrädern drauf sind. Auch die Front, finde ich, schaut da ein bisschen anders aus mit diesem schwarzen Teil an der Front unter dem Scheinwerfer. Unter dem Scheinwerfer, auch das interessant, ich habe mit dem HRE geplaudert über die Bilder, die Lackierung taugt mir voll. Also diese Beklebung mit diesem, Kamouflage ist eigentlich ein falsches Wort, es ist eher halt so eine stylische Beklebung. Und ich habe zum HRE gesagt, naja, sie werden es schon schaffen, dass der Scheinwerfer oder die Scheinwerfer an der Front so arg anders ausschauen als alles andere. Aber zur Zeit haben wir mal diese Bilder von den Prototypen und auch dem Motto Ready to Race entsprechend wird die 99 RCR schon 2024 bei ausgewählten europäischen Supersportwettbewerben antreten. Das aber außerhalb der Wertung, also ohne im Reglement aufzuscheinen. Also KTM macht ernst, sage ich mal. Es ist natürlich keine echte Nachfolgerin der 1190 RC8 und 8R, aber es ist endlich wieder eine supersportliche KTM, die halt auch für die Straße glücklicherweise geeignet ist. Und ja, man wird sehen, was draus wird. Man wird sehen, ob sie Leihwand performt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, danke für euer Zuhören und Zuschauen. Gebt dem Video, gebt der RC, der 99 RCR einen Daumen hoch. Teilt das Video gerne mit jemandem, der sich schon auch ganz nah ist, so wie ich, freut, dass KTM endlich wieder ein super Bike oder einen Supersportler bringt. Und wie immer, Tschüssi! END END B